Ich hätte gewonnen, nein, das wissen wir natürlich nicht, sondern wir schauen einfach mal, wie viele Fahrzeuge heute kommen. Das Wetter ist uns holt, das ist ganz wichtig und ich war überrascht. Ich war um 10 Minuten vor 10 hier zum ersten Mal, da war dieser Teil der Wehrweine schon halb voll. Jetzt ist schon fast alles voll, also Männer, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Trotz Konfirmationstage wäre es uns heute. Vielen Dank. Da geht noch was über den Ruhm. Der ganze Keller ist so voller Baustellen, Autotransporta, Bamba. Das muss schmecken. Das muss schmecken. Das ist so weit, wo du mal stehen willst. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020